Das Rennen um Vorzugstimmen wird knapp. Sehr knapp. In ganz Österreich, in jedem Bundesland, kann man am 26. Mai Lukas Mandl wählen. Jede einzelne Vorzugstimme macht einen Unterschied. Mandl hinschreiben heißt Österreich stärken. In der Europäischen Union werden alle Österreicherinnen und Österreicher durch die Europaabgeordneten vertreten. Am 26. Mai sind alle Österreicherinnen und Österreicher ab 16 Jahren aufgefordert, ihren Abgeordneten zu wählen. Ganz persönlich zu wählen. Das heißt mit Vorzugstimme zu wählen. Also den Namen einer Kandidatin oder eines Kandidaten auf den Wahlzettel zu schreiben. Das extra Vorzugstimmensystem gibt es aber nur beim Team Volkspartei. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden, wer sie im Europaparlament vertritt und nicht der letzten Platz. Jede einzelne Vorzugstimme macht einen Unterschied. Das ist Demokratie. Lukas Mandl bewirkt sich um eine Wiederwahl durch Vorzugstimmen. Seit eineinhalb Jahren arbeitet er als Abgeordneter unter dem Motto Rot-Weiss-Rot im Europaparlament. Lukas Mandl steht für mehr Stärke und Selbstbewusstsein in Europas Außenpolitik. Für Sicherheit, unsere Arbeitsplätze und dafür dem Klimawandel zu begegnen. Innerhalb Europas will Lukas Mandl mehr Freiheit und weniger Zentralismus. Das Rennen um Vorzugstimmen wird knapp. Sehr knapp. Mandl hinschreiben heißt Österreich stärken. Jetzt unterstützen unter www.lukasmandel.at